IOT, das Internet of Things, ist längst fester Bestandteil unseres Alltags. Ob bewusst oder unbewusst, unzählige Geräte und Sensoren umgeben uns. Sie sammeln Daten, analysieren, interpretieren und helfen so, unsere Umwelt besser zu verstehen. Egal ob daheim oder unterwegs, privat oder in der Industrie, das Internet der Dinge ermöglicht es, Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Aktuell sind die eingesetzten Komponenten und Sensoren oft nur auf eine spezifische Anwendung zugeschnitten. Der Energieverbrauch wird dabei häufig nicht optimiert. In einer zunehmend vernetzten Welt mit Milliarden von Sensoren ein relevanter Faktor. Hier setzt das Fraunhofer-Leitprojekt Toward Zero Power Electronics oder kurz Cepowell an. Neun Fraunhofer-Institute bündeln ihre Expertise und entwickeln gemeinsam modulare, hocheffiziente Hard- und Softwarelösungen für das Internet der Dinge. Cepowell bietet auf vielen Ebenen besonders leistungseffiziente Elektroniklösungen. Speziell hier an unserem Institut entwickeln wir einen Funkempfänger, dessen Leistungsaufnahme so gering ist, dass wir mit so einer Knopfzelle zehn Jahre Funkbetrieb machen können ohne Unterbrechung. Wenn Sie gängige Funklösungen benutzen, die immer am Markt verfügbar sind, dann ist die Batterie in etwa zwei, drei Stunden leer. Und damit haben wir also einen riesen Vorsprung gegenüber dem Stand der Technik und bereichern damit das Projekt, dass wir gesamte Elektroniklösungen in Richtung Zero Power treiben können. Modulare Spitzentechnologie. Die im Zuge des Cepowell-Projekts entwickelten Komponenten sind für verschiedenste Anwendungsszenarien adaptierbar. So werden beispielsweise Fahrräder zu mobilen Messstationen, die Echtzeitdaten über die Luftqualität der Smart City liefern. Sensorik und Signalverarbeitung. Die Gewinnung von Energie aus der Umgebung, Speichertechnologien und effiziente drahtlose Kommunikation. Die Cepowell-Plattform optimiert das gesamte Spektrum vernetzter IoT-Systeme. Auch für die Industrie und die Energieversorgung der Zukunft ist das System ein Gamechanger. Im Rahmen des Projektes wurden ein hocheffizienter Spannungswandler entwickelt, der dafür geeignet ist, die Energie aus Solarmodulen mit einer extrem hohen Effizienz von 99,8 Prozent in Batteriespeicher zu puffern und später auch beliebige Industrieanwendungen zur Verfügung zu stellen. Und mit den Technologien aus Cepowell hatten wir eben die Möglichkeit, den Spannungswandler mit diesem IoT-Core zu verbinden. Das ermöglicht uns noch eine effizientere Steuerung und Regelung. Zum einen lässt er sich im Stand-by wirklich komplett abschalten, dass er keinerlei Stand-by-Verluste mehr hat. Zum anderen können wir auch Messwerte dann kabellos übertragen und er lässt sich viel effizienter in ein insgesamtes Energiemanagement einbinden. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, durch den hervorragenden Wirkungsgrad und die Möglichkeit des energieautarken Betriebs optimiert Cepowell das Internet der Dinge auch an Orten, an denen eine feste Stromversorgung schwer zu realisieren ist. Das Fraunhofer-Leitprojekt und die entwickelten Technologien und Komponenten sind Enabler eines effektiven und nachhaltigen Internet of Things. Zeppowell 2 Watt Zero Power Electronics Bis zum nächsten Mal.